Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnack.de und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile der Garnitur Buster von Tommy M. Hier in Leder, in einem neuen Leder Bicolore Pflaume als zweiteilige Kombination mit Longchair, davor stehend rechts und zwei Anbausofa. Erstens, also man sitzt gut, aber man sitzt nicht ergonomisch. Man sitzt eher ein bisschen lümmelig, sage ich mal, mittelfest, doch durchaus mittelfest, nicht zu soft. Die Kissen geben etwas nach, nehmen mich auf, ich sitze etwas schräg, okay, also das ist mehr Lümmel, ich habe auch ein bisschen mehr Sitztiefe. Die Kissen hier sind lose, mit Ziehband, wie immer bei Tommy M., können hier fixiert werden, so dass sie nicht hin und her rutschen, auch in Ordnung. Der Sitz, den kann man abnehmen, ist mit Klett fertig, auch gut. Die Gruppe wirkt gleich durch die grazilen Füße. Das Longchair ist sehr bequem. Da kann ich mir jetzt das Kissen ein bisschen rausziehen. Das ist für mich Feierabend. Hier kann man auch zu zweit, zwei, die sich mögen draufliegen, oder ein Papa mit seinem Sohn, oder ein Papa mit seiner Tochter, oder die Mama mit dem Sohn, oder die Mama mit der Tochter, oder die Mama mit dem Papa. Die Kermitur ist rundum bezogen, sehr schlicht gehalten, ist ein Kubismus, der auch in zehn Jahren noch modern sein wird. Alles okay. Zweiter Nachteil, die Gruppe hat keine Ausziehfunktion, oder irgendwas. Zweiter Nachteil, ähm, hoher Preis, wenn sie die neu bestellen, wird die, das Leder gibt es noch nicht, aber in einem adäquaten Leder, wird die Gruppe dreieinhalb, vier, fünf, na, ich schätze vier, viereinhalb tausend Euro kosten. Vielleicht auch knapp vier. Zum Leder, was kann man zum Leder sagen? Das Leder ist ein, äh, leicht angerautes Rinsleder, würde ich sagen, ja, Rinsleder, mit einem Zweifarbeneffekt, also Pflaume und Schwarz ist hier drin. Pflaume und Dunkel auf jeden Fall, ja, Anthrazit, äh, sehr natürlich, alle, äh, Naturmerkmale sind hier sichtbar. Also was für ein Naturliebhaber. Ja, hier sehe ich einen Heckenriss, ist aber verwachsen, also eine Narnbe. Das ist wie, wie Leben, so eine Lederhaut erzählt eine Geschichte. Und das ist ja auch das Schöne daran. Jetzt klingelt das Telefon, ich muss mal kurz äh, das ausschalten. Buster ist sicherlich ein heißer Tipp für eine kleine Familie, die nicht so viel Platz hat, die was Schönes, Bequemes will, in einem robusten Leder, ein bisschen modischer Touch, mit der Pflaumefarbe, äh, Advertising. Dieses Stück gibt es jetzt bei profischnapp.de im Frühjahr 2020 online unter profischnapp.de, oben rechts BUSTEA eingeben oder hier in Empfingen 30 Minuten vom Autobahnkreuz Stuttgart direkt an der Bodensee-Autobahn A81, können Sie mich kennenlernen, Freitagnachmittag und Samstag bin ich da und nach Feinbarung. Dankeschön, Buster, für Sie würde mich freuen und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de Kopp 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 K